Na alle zusammen, mich hier ist wieder heute und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus den Szenarien von Mist of Pandaria und dazu habe ich wieder ein paar große Schatzkisten besorgt. Die wollen wir einmal aufmachen, insgesamt 30 Stück und ich hoffe ich kriege einen von den vier fehlenden Umhängen oder die Waffe, die ich noch brauche. Und zwar ist das ein Agi-Schwert, müsste das sein. Dementsprechend habe ich einen Haufen Monk-Chars, die können nämlich sowohl das Agi-Schwert kriegen, als auch zwei von den Umhängen. Also zwei Umhänge sind glaube ich Int, die anderen beiden sind Stärke-Umhänge. Jut, dann würde ich sagen, schauen wir rein und ich hoffe diesmal gibt es ein wenig was aus den Kisten, was ich noch brauchen kann. Erste Kiste ist schon mal nix und zweite Kiste haben wir einen Helm drin, den ich leider schon habe. Okay, dann gleich der nächste Char und da haben wir einmal Handgelenke und einmal Hände und der nächste mit nix und einer Brust, die brauchen wir auch nicht. Als nächstes haben wir jetzt noch hier einen Vulpera-Monk und was hat der Schickes? Nur Gold und hier auch nur Gold. Dann zur Abwechslung mal einen Zandalari-Troll. Haben wir dann hier Schultern und einen Kopf. Dann haben wir hier noch einen Ork mit einmal Handgelenken und da haben wir leider nix dabei. So, nächste Char, jetzt gucken wir mal. Oh, Quest muss nur noch abgeben. Okay, das brauchen wir nicht. Was haben wir denn da? Schönes, mal wieder Schultern und nur ein grünes Item. Dann haben wir hier den nächsten. Der hat einen Kopf drin. Irgendwie kriege ich die ganze Zeit Kopf und Schultern, ne? Was haben wir hier? Ah, mal was anderes. Ein Gürtel. Auch nicht schlecht. Ich könnte einen Umhang gebrauchen. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht ist ja da was drin. Wir haben einen Stab und nix. So, der nächste Char. Jetzt gucken wir mal rein. Ähm, Gold. Und das andere ist... Ha, nochmal nur Gold. Ripp. Dann haben wir hier noch einen Goblin. Und was hat der drin? Na, mal einen Streitkolben. Zumindest mal was anderes. Hoffe ich mal hier ein Schwert. Hm, ne. Dann haben wir noch einen Ork. Und was hat der schickes? Gold und Schuhe. Dann schauen wir uns den nächsten Char an. Hier ein Vulpera. Und da haben wir einmal wieder mal Schultern. Und da haben wir leider nix dabei. Dann haben wir jetzt hier noch einen Zandalari. Und wir haben Gold. Und ein grünes Item. Ripp. Dann haben wir mal wieder den letzten im Bunde. Damit müssten wir mit 15 Char und damit 30 Kisten durch sein. Und hier haben wir hoffentlich eins der fünf Items drin. Und schon wieder ein Kopf. Oh Mann. Und. Einregen. Naja. Diesmal war es mal wieder nix. Ich werde weiter dranbleiben. Und gucken wir mal. Vielleicht haben wir das nächste Mal ein bisschen mehr Glück. Und kriegen da eins von den fünf fehlenden Items raus. Ich würde sagen. Bis dahin. Euer Tillar. Ciao.